Und dann sage ich zu dem, hier, nimm mal bitte deine Hand aus dem Fluss, Seurebad. Und dann war halt ein riesiger Aufwand, weißt du, den ins Krankenhaus schicken und echt ätzend. Aber so selektiert sich halt auch selbst, weißt du, Maria? Ja, ich sag nur Plastischbadl im Laugenbad, weißt du? Ja, Bildungselite, Deutschland, Zierer in Sachsen. Ja, ich weiß, du bist so ein Elite, elitärer. Auf jeden Fall, ich gehörte auf jeden Fall dazu, Kai, weißt du? Ja, ja, aber das kann ja nicht jeder so krass abstudieren, wie du. Ja, ja, warte mal kurz, was ist denn das da? Siehst du das? Ja. Was ist denn das? Ich würde spontan sagen, das ist ein Ehrlich. Was? Und warum steht da so ein Ehrlich im Maikol? Weil ich bin in der Chemiefakulte jetzt. Ich hab's vergessen, die Durchkörper, alles gut. Finde ich ja schon ein bisschen kruselig, ehrlich gesagt. Nicht mal den Müll entsorgen können, sei es, dann müssen wir alles weglassen. Finde ich das nicht komisch. Ja, also wenn jetzt ein Dritter auftauchen würde, würde ich mir vielleicht ein bisschen in der anderen Seite abgehen. Das ist schon merkwürdig, oder? Ja, vor allem, das machen wir. Lass uns, lass uns, lass uns, was ist denn das? Warum wegden wir es hier? Keine Ahnung, lass uns, lass uns, lass uns hier. Warte, lass uns, lass uns hier. Untertitelung. BR 2018 Amen.